Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Präsidentin Strand glaubte an den amerikanischen Wiederaufbau. Sie scheute keine Mühen, um die Nation wieder zu einen. Und ohne sie gäbe es Bridges nicht. Sie verdient eine ehrenvolle Bestattung, die wir ihr versagen müssen. Wenn sie stirbt, stirbt Amerika. Ohne sie wird Bridges untergehen. Hör zu. Ihre Einäscherung muss unter höchster Geheimhaltung erfolgen. Selbst wenn das klappt, was dann? Wer ersetzt sie? Seht's an. Amerikas Geschichte. Sam, Amerika ist noch nicht tot. Er sagt doch, es stirbt, wenn Bridges stirbt. Sie mag verloren sein. Aber wir haben noch ein regierungswürdiges Amerika. Bitte was? Dafür ist jetzt keine Zeit. Wichtig ist, dass wir die Arbeit deiner Mutter beenden und Amerika wie geplant wieder aufbauen. Aus diesem Grund gibt es Bridges doch. Also mach den ersten Schritt, Sam. Und bring den Leichnam der Präsidentin zum Verbrennungsofen. Wenn wir nicht alle wieder zusammenkommen, wird die Menschheit nicht überleben. Ich wollte dich losschicken, Sam. Zeit läuft ab. Ich liebe dich, Sam. Ich warte auf dich am Strand. Die Anlage liegt im Südwesten. Vergiss nicht, dass du GD-Gebiet durchquerst. Wir haben den Verbrennungsofen in den Bergen gebaut, damit das Chiralium im Rauch die Stadt nicht erreicht. Wird nicht leicht, einen Leichnam da hochzutragen. Wir überwachen dich rund um die Uhr. Wenn irgendetwas passiert, unterstützen wir dich über die Handschellen. Sam, hier ist Die Hard Man. Dead Man hat die Nutzung der Handschellen erklärt. Benutzt sie, um den Verbrennungsofen zu ordnen. Sam, ich denke nicht, dass ich dich daran erinnern muss. Aber beim Leichenabtransport zählt jede Minute. 48 Stunden nach dem Herzstillstand wird eine Leiche zu einem neuen GD. Und macht uns die Hölle heiß. Ich materiale heiß. Präsidentin Strand war das Symbol des amerikanischen Wiederaufbaus. Obwohl das Land am Boden lag und seine Bewohner in alle Winde verstreut waren, glaubte sie stets an die Möglichkeit einer Wiedervereinigung. Die Menschen gaben die Hoffnung auf Amerikas erneute Auferstehung nicht auf, weil sie an sie glaubten. Wir glauben, dass dieses Land wieder aufgebaut werden kann. Amerika lebt weiter. Zusammen mit Bridgets unsterblichem Geist. Eine angenehme Reise. Ja, also. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 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 It's where I'm at 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 Bibi Keine Angst Ist okay Ich würde immer bei dir sein Schlafe einsacht Bald kommt die Nacht Vater hält wach Bis der Tat wieder läuft Ich würde nicht Sam, ich hab doch gesagt, Dooms und Bibis sind eine gefährliche Kombination. Hm, vielleicht solltest du mal duschen. Du bist ja noch voller Chiralium. Du willst doch nicht, dass die Präsidentin dich so sieht. Was erzählst du denn da? Sie ist hart. Hm, du bist wütend. Ist deswegen Bibi 28? Leck mich doch. Ich bin nicht dein Laufbursche. Tja, jedenfalls verdankt es dir wohl sein Leben. Nein, wir verdanken ihm unser Leben. Du auch. Alles klar. Ich passe drauf auf. Grüß die Präsidentin von mir. Es wird langsam Zeit, Sam. Hier. Das ist ein Traumfänger. Wenn du ihn beim Schlafen trägst, halte ich die Albträume fern. Ich werde immer bei dir sein. Guten Morgen, Sam. Sam, hier ist Die Hard Man. Es gibt hier einen privaten Raum für dich. Bridges Sonderleistung. Nimm dir etwas Zeit und wasch dir das ganze Chiralium vom Leib. Komm danach ins Präsidialbüro. Der Begrömer, ich werde immer noch reizEN. Ich werde das ganze Chiralbüro verändern. Und dann lassen wir das ganze Chiralbüro. Wir haben die Kinos. Das war's. Jetzt kann ich auch sagen. Oh jetzt machen wir die Kinos. Wir werden das ganze Chirien auf dem Kinos. Dann können wir die Kinos. Wir werden das ganze Chirien anbürochen. Bin dann! Entschuldigung.